Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Ich war mal wieder auf AliExpress unterwegs und habe da eine kleine Garage gefunden. Ich habe hier schon die Mock Garage vorgestellt für Speed Champions und mit Mocks können die ein oder anderen ja nicht so viel anfangen. Ich kann das auch nachvollziehen, weil ich meine man muss einmal die Anleitung separat bekommen, man muss die Steine sich separat besorgen. Und gerade wenn man nicht so viele Steine zu Hause hat, ist man bei Mocks sehr schnell in einem gehobenen Preissegment, wenn man sich alle Steine einzeln dazukaufen muss. Da haben viele berechtigterweise dann nicht große Lust drauf, die anderen finden es wieder gut. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, denn es gibt ja Alternativen. Wie zum Beispiel hoffentlich diese Garage hier von AliExpress, die man dort für knapp 13 Euro erwerben kann und auf den ersten Blick wirklich detailreich und vielversprechend aussieht. Ich würde sagen, ich mache den Polybag jetzt gleich mal auf, damit wir auch mehr von den Steinen und der Anleitung sehen können. Im Polybag befinden sich die verschiedenen Steinetüten. Über die Qualität davon reden wir wie immer, wenn wir es wirklich gebaut haben. Und wir haben eine Plate. Ich hoffe, dass das nicht die einzige Grundplatte ist. Dann wird das nämlich ein relativ kleiner Spaß. Und wir haben hier die Anleitung. Vom Design her finde ich sie schön gestaltet. Ist schon leider ein bisschen mitgenommen, weil sie halt in diesen Polybag reingepresst wurde. Wir kennen das aus China. Es hat die Set Nummer 1, 3, 2, 4. Das Ganze ist klammergebunden. Auf der Rückseite sehen wir nochmal eine Funktion von dieser Garage. Und zwar, dass man die Hallentüren öffnen kann. In der Anleitung wird ausgegraut dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird in Vollfarbe. Die Abbildungen sehen auf den ersten Blick in Ordnung aus. Wir haben auch einen Stickerbogen dabei. Ob man den jetzt unbedingt benutzen muss, ist eine andere Sache. Und insgesamt haben wir 29 Bauschritte für die Garage. Hier noch ein paar einzelne Bauschritte für das Zubehör. Und 18 Seiten in der Anleitung. Eine Teilliste gibt es leider nicht dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Garage. Und hoffe, dass sie ein bisschen größer wirkt als nur diese Grundplatte. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 15 Bauschritten. Der Boden ist schon komplett gefließt. Die Abläufe haben wir schon reingebaut. Und so langsam ziehen sich auch die Wände nach oben. Und immer mehr Details kommen dazu. Hier zum Beispiel ein aufgehängter Pullover, beziehungsweise Rennanzug, was man auch immer möchte. Kann man auch mit einem Sticker nochmal verschönern. Schade, dass es keine beprintete Figurenoberkörper ist. Dann haben wir noch die Werkstattwägen, ein Kompressor. Und es wird, wie gesagt, mit jedem Bauschritt noch mehr Deko. Der Bau ist bisher super einfach gewesen. Die Anleitung sehr verständlich. Da kann man aber bei so einer kleinen Garage, denke ich, auch nicht sehr viel falsch machen. Es gibt aber etwas, was mich massiv bisher hieran stört. Und das ist die Steinequalität. Ihr seht es schon alleine in der Draufsicht von den verschiedenen Farbtönen. Und vor allen Dingen auch dieselben Teile haben teilweise hier andere Grautöne. Das Ganze ist beim Werkstatttor mit den Farbtönen nochmal viel schlimmer. Wo ja sehr viele verschiedene Steine-Typen drin sind. Und auch die Angusspunkte sind wirklich extrem. Der Weißton, überraschenderweise, ist bisher relativ farbtreu. Also bis hierhin macht das Ganze zwar Spaß. Aber die Steinequalität könnte auf jeden Fall viel besser sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Baut dementsprechend weiter. Und wir sehen uns gleich, vielleicht mit der fertigen Garage wieder. Und damit ist die Li-Mai Garage auch schon fertig. Der Bau war wirklich, wirklich schnell. Also ich sag mal, mit ungefähr 30 Minuten kann man hier rechnen. Dann hat man das Ganze fertig gebaut. Es sind noch ein paar schöne Details dazu gekommen. Wie zum Beispiel hier eine Überwachungskamera. Ein paar Werkzeuge. Ein Werkstattwagen. Ich habe vorhin die zwei Sachen hier als Werkstattwagen betitelt. Das war aber nicht richtig. Es sah kurzzeitig so aus. Aber das ist dann die Werkbank geworden. Und generell noch ein paar Details, wie zum Beispiel hier Displays, auf denen eigentlich ein Sticker sein sollte. Ich werde euch dann auch nochmal Bilder mit den Stickern einblenden. Jetzt habe ich sie nicht drauf gemacht. Und ein paar Kanistern. Also detailreich ist die Garage auf jeden Fall. Und das ist richtig, richtig cool geworden. Die Steinequalität vom Aussehen. Wir haben darüber gesprochen. Das ist wirklich nicht gut. Auch von der Verbaubarkeit gibt es hier ein paar Probleme. Nicht, weil wir zu wenig Klemmkraft haben, sondern weil wir hier teilweise eine exorbitant hohe Klemmkraft haben. Und das auch dann beim Zusammendrücken schon unangenehm werden kann. Manche Steine sind da besser und haben ein besseres Baugefühl. Und manche muss man wirklich richtig reinknacken lassen. Das ist alles im Rahmen. Aber die Steinequalität könnte auf jeden Fall viel, viel besser sein. Das Ganze ist natürlich bei dem Preis aber auch wieder ein wenig verzeihlich. Und wird durch solche Details wieder wettgemacht, wie eben so eine Maschine zum Räder auf- und abziehen und wuchten. Also das ist wirklich in der Größe detailmäßig das Beste, was ich an Garagen bisher gesehen habe. Und dann haben wir noch das Werkstatttor. Lego Bauern fällt denke ich direkt auf. Wir haben ja hier gar keinen Spalt dazwischen. Und das merkt man auch, wenn man es aufmachen will. Weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr fest. Ihr habt das gesehen, das springt dann richtig auf. Und wenn wir es zumachen, müssen wir es auch wirklich so zumachen, dass wir die zwei Türen hier so aneinander klemmen. Und dann klappen wir es wieder rein. Optisch ist es ohne Spalt natürlich schöner. Aber zum Auf- und Zumachen ist das eben dann sehr schwer. Man könnte jetzt sagen, it's a feature, not a bug. Denn so halten die Türen eben auch zu, wenn man es rumträgt oder ähnliches. Und es ist auch verzeihlich, denn bei einem Display-Set, man stellt sie sich eben einmal so ein, wie man das möchte. Und dann stellt man es ins Regal. Ich denke, mit der Garage wird keiner groß spielen. Aber das Wichtigste für so eine Garage ist ja, dass ein Fahrzeug sehr gut drin aussieht. Das funktioniert zum Beispiel mit den kleineren Kameleifahrzeugen. Der Rallye-Wagen passt größenmäßig perfekt rein. Wenn wir jetzt aber einen LEGO Speed Champions im Acht-Noppen-Maßstab nehmen, dann wird das schon sehr, sehr schwierig. Also den müssen wir hier sehr genau rein platzieren. Da bleibt nicht mehr viel Platz übrig. Und dann steht er so drin. Es sieht auch noch annehmbar aus, so als Display-Garage. Aber das ist natürlich größenmäßig ein bisschen dürftig. Also die hätte gerne noch ein Stückchen länger und ein Stückchen breiter gekonnt. Aber auch LEGO Speed Champions, Puristen und Fans müssen jetzt nicht traurig sein. Denn es gibt ja auch noch die älteren 6-Noppen-Speed Champions. Und da habe ich zum Beispiel für euch den Audi R8 LMS Ultra mitgebracht. Die Set Nr. 75873 ist wie gesagt 6-Noppen-Breit. Ein kleinerer Speed Champion und der passt wirklich perfekt in die Garage. Dort ist es auch so, dass die Räder genau auf den Abläufen stehen, damit es dann vom Fahrzeug runtertropfen kann und die Garage trocken bleibt. Also die Garage ist für den 6-Noppen-Maßstab richtig, richtig gut. Wenn ich übrigens auch mal eine Review machen soll zu den Audis im 6-Noppen-Maßstab von LEGO, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Zusammenfassend kann man sagen, der Bau dieser Garage hat Spaß gemacht, dadurch, dass wir so viele Details bauen. Die Steinequalität hat es ein wenig dann eingeschränkt, den Bauspaß, aber es ist trotzdem in Ordnung gewesen. Die Details sehen am Ende gut aus und wir können verschiedene Fahrzeuge reinstellen. Auch der 8-Noppen-Maßstab passt rein, sieht dort aber dann ein wenig überdimensioniert aus. Aber generell kann man es reinstellen und Vorteil von den 8-Noppen, man sieht auch die ganzen Farbabweichungen in den Teilen gar nicht mehr so schlimm. Spaß beiseite, natürlich könnten die Teile trotzdem sehr viel besser sein. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese Garage wirklich einzigartig meiner Meinung nach. Das habe ich so noch nicht gesehen und dementsprechend gibt es auch von mir eine Kaufempfehlung für diese Garage. Cool ist es auch noch, wenn wir da noch so viele Ersatzteile dazu haben. Ich meine, das sind 3x2x4 Fliesen in Grau, das kann man durchaus auch mal gebrauchen. Hier kann man also nicht viel falsch machen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.